Sprechen wir mit Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Guten Abend. Guten Abend. Ist das jetzt wirklich so ein großer Erfolg für das Klima, ähnlich historisch wie Paris 2015 mit dem 1,5-Grad-Ziel, wie viele Länder das Abschlusspapier darstellen? Ich glaube, der Kompromiss ist besser als befürchtet, aber er ist sehr viel schlechter als das, was notwendig wäre. Nämlich bis zum Jahr 2050 Treibhausgasneutralität, also Netto-Null-Emissionen zu erreichen, aus der Kohle auszusteigen und dann eben 2040 aus Öl und Gas. Da sind wir weiter hinter zurückgeblieben. Beschlossen wurde ja eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030, eine Verdoppelung der Energieeffizienz, außerdem ein Klimafolgenfonds. Ist das dann vielleicht auch mehr, als man erwarten konnte andererseits? Nein, eigentlich nicht, denn der Ausbau der erneuerbaren Energien, der wird auch weltweit in Indien und China sehr schnell voranschreiten. Aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Ausbau der erneuerbaren für sich gesehen noch nicht zur Reduktion von Emissionen führt. Man baut mit den Erneuerbaren einen neuen Kapitalstock aus, aber damit die Emissionen sinken können, muss der fossile Kapitalstock zurückgebaut werden. Das ist die große Aufgabe und das ist sicherlich ein großer Beitrag dieser Konferenz, dass jetzt endlich mal über die Kernfrage geredet wird, wie schaffen wir den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Das war gut, denn wenn man also nur auf den Ausbau der erneuerbaren setzen würde, dann hat man nur die eine Hälfte der Gleichung bearbeitet, nämlich erneuerbare aufgebaut. Aber damit würde auch weniger Fossile nachgefragt werden. Fossile werden billiger und sie werden nachgefragt. Und wir sind ja immer noch inmitten einer Renaissance der fossilen Energieträger und noch immer steigen die weltweiten Emissionen. Herr Edenhofer, und die Abschlusserklärung bleibt ja auch erstmal eine Absichtserklärung, so wie kleine Kinder ihren Eltern auch immer versprechen, artiger zu sein. Müssten solche Papiere nicht bindender sein unbedingt? In der internationalen Staatengemeinschaft gibt es hier keine Verpflichtungen, die eine Weltregierung einfordern könnte. Deswegen brauchen wir Abkommen, die auf Gegenseitigkeit beruhen. Und wir dürfen nicht nur auf die Abschlusserklärungen schauen, sondern wir müssen darauf schauen, was die Staaten tatsächlich machen. Und das haben wir gemacht und da zeigt sich, dass viele Staaten bis zum Jahr 2030 weiter auf den Ausbau von Kohle setzen, bis zum Jahr 2050 auf den Ausbau von Öl und Gas. Und aus meiner Sicht ist jetzt wichtig, dass wir nicht nur auf die Konferenz schauen, sondern zum Beispiel auf das, was die EU im Augenblick macht. Sie hat nämlich angekündigt, dass sie Klimazölle erheben will. Also wenn Produkte, die CO2-intensiv sind, in die EU kommen, werden sie mit einem Preis belegt. Das hat jetzt schon Wirkungen gezeigt, weil zum Beispiel Länder, wie die Türkei oder Indien, über eine CO2-Bepreisung nachdenken. Und ich konnte selbst in den Vereinigten Emiraten Gespräche führen, wie dort ein Emissionshandel nach dem Vorbild der EU aufgebaut wird. Das sind aus meiner Sicht wichtige Schritte und deswegen braucht diese Absichtserklärung jetzt konkrete belastbare Handlungen, die eben auf Gegenseitigkeit beruhen und die eben andere dann auch anreizen, eben hier beim Ausstieg der Erneuerbaren auch wirklich mitzumachen. Welche fordern Sie dann da? Naja, also ich glaube, die Ankündigung von Klimazöllen ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir bei der CO2-Bepreisung voranmachen. Warum ist das wichtig? Ein CO2-Preis macht die CO2-freien Alternativen wie die Erneuerbaren rentabel. Aber er bepreist eben auch die Nutzung von Kohle, Öl und Gas entsprechend des Kohlenstoffgehalts. Und ein CO2-Preis erzeugt Einnahmen, mit der dann eben einkommensschwache Haushalte zum Beispiel entlastet werden können. Wann sind wir dann an dem Punkt, an dem erneuerbare Energien günstiger sind als fossile und wir politische Vorgaben gar nicht mehr brauchen? Was meinen Sie? Ja, das ist genau der Punkt. In vielen Teilen der Welt sind die Erneuerbaren schon billiger und trotzdem werden wir immer noch Kohle, Öl und Gas nutzen, weil wir eben so viel Kohle, Öl und Gas im Boden haben. Wir dürfen in der Atmosphäre noch vielleicht 250 Gigatonnen ablagern, vielleicht ein bisschen mehr. Wir haben 10.600 Gigatonnen in Form von Kohle, Öl und Gas im Boden. Und die Aufgabe, die sich jetzt hier stellt ist, dass ein Großteil der Ressourcen und Reserven im Boden bleiben muss und dass dort Erdöl-exportierende Länder natürlich Schwierigkeiten haben und sich dagegen wehren, das ist verständlich. Aber wir brauchen, weil wir ein Überangebot an fossilen Energieträgern haben, jedenfalls gemessen an der begrenzten Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre, werden wir einen CO2-Preis benötigen. Wir brauchen staatliches Handeln und brauchen wir glaubwürdige Vorgaben von Regierungen. Das ist aus meiner Sicht unverzichtbar und wir sollten uns an dieser Tatsache, dass die Regierungen jetzt in der Pflicht sind, nicht vorbeimogeln. Und wie sieht ganz kompakt Ihre Zwischenbilanz für Deutschland aus? Meine Zwischenbilanz für Deutschland sieht so aus, dass wir gute Ziele haben, dass wir die Ziele verfehlen werden und dass es auf uns wieder zurückfallen wird, wenn wir dann am Ende uns eingestehen müssen, dass wir europäische Verpflichtungen erfüllen müssen. Und dafür werden wir irgendwann auch die Zeche bezahlen müssen. Also wir sind schon in der richtigen Richtung unterwegs, aber wir sind in der Umsetzung wie große Teile der Welt nicht schnell genug und auch nicht glaubwürdig genug. Sagt Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch. Danke. Ich danke Ihnen.